Es war sehr viel dreidimensionaler, als man das auf dem Bildschirm sieht. Man sieht, das Thema Digitalisierung treibt alle rum in den Geschäftsfeldern, egal wo, in allen Serviceeinheiten. Wie viele Menschen an vielen verschiedenen Lösungen arbeiten, um dafür zu sorgen, die Bahn der Zukunft zu gestalten. Die hier zu haben, das ist für mich das Besondere. Einfach super, super spannend. Zu sehen, mit wie viel Herzblut die Leute tatsächlich an ihren Themen arbeiten. Die Digitalisierung verändert, die Gesellschaft verändert, die Kundenanforderungen verändert, die Art und Weise, wie die Menschen durchs Leben gehen. Wir wollen das verbinden, was heute getrennt ist. Wir wollen das vereinheitlichen, was heute unterschiedlich ist. Dann müssen wir einen gewaltigen Schritt machen und das wird nur funktionieren, wenn wir da im Konzern zusammenspielen. Wir tun das nicht für uns als System, sondern wir tun das für das Gesamtsystem Bahn. Denn wir verstehen uns als Wegbereiterin dieses Gesamtsystems. Musik Musik Musik